Was mir vor allem aufgefallen ist, technisch bin ich der Meinung, sind wir in der Schweiz nicht so weit. Aber auch die Betreuung, man ist sehr gut aufgehoben, man nimmt den Patienten ernst und es war einfach eine angenehme Erfahrung. Denterprime ist für mich die Zahnklinik, die ich wieder aufsuchen werde, sofern es notwendig sein wird.